Servus Leute, willkommen zur neuen Folge von GTA 5. Ich glaube jetzt mittlerweile zur vierten Folge, wenn man den Forward Part nicht sieht. Ja, beim letzten Mal haben wir ja noch ein bisschen mit Job gemacht. Da habe ich gerade einen Anruf von Simir und da haben wir direkt mal rein. Ich habe mal gehört, es gibt so ein Event, da kann man sogar Simir in der Nummer antreffen beim Autohaus. Ich weiß aber nicht, auf welcher Mission es ist. Wenn ihr mehr wisst, dann könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben. Aber ich glaube, aus dem sein Autohaus hier noch so krass simuliert ist. Da brauche ich jetzt erstmal keinen Besuch. Ich habe jetzt hier immer noch die Klappe von La Marte. Also hier haben wir mit Michael? Fragezeichen. Also hier. Ich weiß gar nicht. Da hätten wir noch die Maike ein bisschen dabei. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal beim Fragezeichen von Frank. Die Mission. Weil ich meine, das ist mal ein bisschen abwechslend. Dass man vielleicht immer mal ein Fragezeichen an der Hauptstory und dann wieder ein Fragezeichen oder so macht. Dass wir nicht nur immer nebenschen kommen, aber auch nicht immer nur Hauptmisschen miteinander lassen, wenn man das mal machen kann. Wenn natürlich schon, also später hat man so eine Sachen, wo man dann mal zwei Fragezeichen vielleicht hintereinander macht. Ich dachte früher echt, man kriegt jetzt einen riesen Lastwagen. Ich schlafe eigentlich ja Bagger. Aber mit Glück nicht, weil ich mal so ein Bausteinfahrzeug brauche. Ja. Ja. Egal. Da machen wir das. Ähm. Wir sehen. Ja. Oh, da sind wir jetzt direkt. Einfach. Ganz was eigentlich mit einer bedungsten für den GTA Meierweiler. So. Gehen wir da jetzt mal hin. Das ist ein Fraganzation. Ein Fraganzation. Ein Fraganzation. Ich sehe was er irgendwie zu sagen hat. Ha. Wut der fuck? Gib mir da mal. Hey, 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 woe, back up there cowboy, I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Wow, hey, look, I saw a quarterback blues, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted. I'm just so sorry. What? A black man walking in Vine, would you think he Clay PG sellout? You bitch ass punk motherfucker. Oh, shit man, oh, hey, I'm sorry dude. I didn't have my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like, I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo. So. The man at home gives a fucking. The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murder and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. They're not magic. No. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit. Oh, shit. Oh, my God. It's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on. Come on. It's fucking Miranda fucking Cowan. Because she's a fucking Megastar. No, no. Leave me out your shit, man. Oh, no, no, no. We can make full cool bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muffin. We are in the money, man. In the money, bro. Come on. Come on, man. Come on. Fuck is wrong with me. Oh, man. Let's go. You drive. I'll get the shot. Oh, I'm shocked. Yeah. Paparazzi. Beverly. Come on, come on. Let me see the whites of her eyes. Are you always just fucking annoying? Come on. Closer. She's fun. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You're just a half of her. That's a half of her. Oh, yeah. That's a half of her. Oh, yeah. Yeah, that's a half. That's a half of her. That's a half of her. They don't call her the silicone slatter for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh, man. No wonder this whole town is terrible. I love her. Oh, yeah. She's my photos. Oh! Oh, the hand is clear. It's the answer but he's getting the money shots. Where's your dignity? Jesus, you didn't have to kill the guy? Oh, this is coming from the... I'm just trying to not help him. ...oh no, that's well! A little bit of aaze. I'm already late for my next take out. Let's go get the hell out of here. Oh shit! It's the cops! Get rid of them! Let's BLEAD! Motorrad, das ist natürlich einfacher, ey, ey, was denken sie sich hier, okay, fickt euch, im Spiel, äh, ich trecke die Polizei, also im Spiel, in echt ist die Polizei gut, aber hier in dem Spiel ist die Polizei nervig, muss man so sagen. Was ist das? Das ist natürlich ein Tunnelzeug, mit dem, äh, ey, geil. Sie müssen alles wissen, von Krowsfeet zu Kammeln. Hey, hey, hey. Komm nach der Manor nächste Woche. Wir werden die Suche für die Wahrheit. Schau, nicht warten für mich, Homie. Oh, ich warte für dich, Homie. Oh, B.O.W. Ein Paparazzi. Ich weiß gar nicht, ob es ein Paparazzi ist gut oder schlicht. Ich glaube, das ist... Keine Ahnung. Sie darf für sich selbst entscheiden. Würde ich sagen. So, was machen wir wieder an? Ich feier ja ganz gerne. Das Rock Rail kann ich mal laufen lassen. Das ist eigentlich immer ganz entspannt. Die Gefahr ist aber immer nur, wenn hier Musik hier vorbei läuft. Äh, das ist hier dann... Erstens, dass das Video vielleicht ein Claim kriegt. Aber ich hatte das jetzt auch schon in der dritten Folge, die ich gestern aufgenommen habe. Äh, das dadurch hat uns Radio nicht mehr ausgemacht. Und ich glaube, das hat zwar irgendwelche Songs da erkannt, ein Song genau zu sein, aber das Video wurde jetzt irgendwie nicht gesperrt oder so. Wenn ich... Keine Ahnung. Dann ist es halt so. Wenn ich da auf einen momenten GTA Geld verdient... Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt nicht monetarisieren darf. Wie das ist das? Habe ich... Keine Ahnung. Und das habe ich schon mal gehört, dass das vielleicht gar nicht geht oder so. Also, das ist halt YouTube manchmal. Das eigentlich, aber das... Weißt du nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es zu M geht. Zu Saiko, zu Santa. Ich habe sogar eine Shotgun. Äh. Seit wann haben wir eine Shotgun? Oh nein. Seit wann haben wir eine Shotgun für dich? Oh. 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 Was? Du bist hier, was auch immer. Sit. Du bist nicht mehr zu retten. Man, ich habe nie zu retten. Das war nur eine Repossession. Okay. Du sagst es, was du sagst. Ich bin wirklich nicht interessiert. Was kann ich für dich machen? Ich bin einfach gekommen, zu sehen, ob es da etwas, was ich mit dir helfen kann. Ich sehe, du bist gut für dich selbst. Look, ich bin ausgewertet. Bist du ein bisschen jung für die Pipe, die Slippers, und die Schmerzen an ein fucking Sunset? Ich bin in diesem Spiel für viele Jahre alt und ich bin ausgewertetert. Das macht mich der richtige Alter. Du bist ein guter Mann. Aber wenn du mein Tipps hast, gibst du die Scheiße. Du arbeitest hart, schweigst du alle, die du liebst. Hörst, robben, töten indiscriminierend. Und vielleicht, vielleicht, wenn du Glück bist, wirst du ein 3-Bit-Gangster. Das ist schweigst. Gehe nach der Schule. Dann wird man die Leute ausbauen und verabschiedet werden. Das heißt, Kapitalismus. Hm. So, was ich gesehen, den letzten Tag, war, wie, wenn ein Korpschreifend reanimiert sich selbst und terroriert sich alle, richtig? Was du gesehen, den letzten Tag, war ein Mann mit Pest. Ich glaube, dass ich mich nie als einfach nur ein Pest war. Na, und heute ist alles um Humilität. Morgen, wir versuchen ein Trainings-Montage. Ein Trainings-Was? Ja, ich bin einfach in ein 80s-Movie-Fantasy. Ja, ich kann sehen, dass du viel Zeit da spendst. Ja, so viel wie ich kann. Also, das ist warum du hier in Vinewood bist, richtig? Vielleicht bin ich hier, weil ich nur ein Idiot. Ich denke, dass die importeren Bäume sind ein guter Substitut für nicht wirklich wissen, was du hier an dieser Erde machst. Jesus, Mann. Du bist ein guter Zeit, du weißt das. Ich sage dir was. Das Leitste, was ich kann tun, ist, dass du dir das Bier kaufen kannst. Es ist ein kleiner Bar, den ich mag. Es ist nicht zu weit von hier. Let's go. All right, Mann. Ich folge dich. Ich bin in diesem Spiel auch sehr lange. Sehr kritisch. Ich würde ja gerne das Motorrad nehmen, aber das ist da halt nicht so gut. Das ist so nicht kompatibel und das Flugzeug fliegt auch interessant. Es geht mit dem Flugzeug da ab, ist das schön. Ich bin in dem Flugzeug da ab, ist das nicht so gut. Entschuldigung. Ich weiß es gut. Ja, Mann. Aber wo ist das Boot? Das kleine Scheiße hat sich geholfen. Es ist irgendwo an der Westen Highway. Mann, nicht du wein? Über mein Boot? Ja, ich bin. Aber du kannst immer auch noch ein Boot. Ja, sag mir meine Accountantin das. Mann, du kannst immer immer Geld. Du kannst immer Geld für einen Geld. Aber du bist gekommen? Nein, danke. All right, Homie. Ich bin dein Freund. Ich bin jemanden, ich bin jemanden, du willst. Ich will mich empressen. Riff? Mann, ich dachte, du warst mich verletzt. Warum will ich mich empressen? Warum will ich mich empressen? Weil ich kann dir noch etwas oder so erzählen. Vielleicht helfe ich dir die Tür zu all den Freunden, die Foto-relateden Parenting-Issuen enttälen. So, dann sind wir gleich bei der Markierung. Oh! Da! 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 Das ist mein Foto! Und... Ich brauche heute mal wieder ein gutes Handling. Da soll ich nicht hier erhaft. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Du machst das Teil BW. Was ist ein Sentinel? Hey! Ventinei war ja mal in GTA 3 und beißte die mal ganz gut. Weil hier ist es, naja. Du sagst, du wolltest von der Beste lernen. Lass uns diese Lens auf. Oh, fuck this! Also die Kinokamera war so ein bisschen schwarz. Dann weiß ich hier auch das Handy. Ich brauche echt mal eine bessere Handy. Ich bin natürlich wie alt versaut. Alka reinsteckt. Wie so eine scheiß Handy. Ich brauche echt mal eine... Drecksmülllaster, echt fick dich. Sorry, dass dieses Video ist. Keine Ahnung, wenn ich mich... Ich habe ja so ein OXR, aber ich vergesse mal... drauf zu gucken. Vor allem, wenn ich jetzt mit dir zicken. Doch deine Waffe, du... Da war dieser Wilhelm-Schein. Da heißen die so ein... Du weißt das? Das ist so schön zu hängen. Also eigentlich bin ich schon einmal voll gut, aber... nicht, wenn man fährt. Okay, ich hab mich nur noch mit den Bischof. Schränken Ja, schränken müssen wir noch schaffen Ja Schaut Mann, komm! Scheiße, jetzt haben wir natürlich passive Geschwindigkeitsreduktion Das war noch schock Ja So, ich stehe schon mal um Mit dem Ding Komm, komm, bleib mit mir Bleib mit mir Ah! Mein fucking Boot! Hey! Es ist nur ein Ding! At least, du hast noch einen Sonn Hey! Es ist ein Chopshop zurück zu deinem Hund Wenn du da steigst, wir können den Rhype Ich war mal woher zum Loser Endes Kasten So wollten wir den Eintag schon mal hin und gleich mit Frankl Aber... Es ist nur ein Ding! Mein Boot! Bitte stopt das zu tun! Ich bin so schockiert, okay? Ich kann nicht schockiert, das war wirklich Schockiert, aber Schockiert, ich habe faste Und all du schockiert ist diese fucking Boot! Nein, nicht das! All wir tun ist Schreien bei uns. Keine Wunder, ich kann nicht einen Job Es ist alles dein fucking Falt! Oder Es ist nicht, aber Es ist Teil des ваш Falt! Ich bin schlau Ich bin schlau Wenn nur wer schlau ist, dann direkt die Abkürzung hier. Doch hau ist es. Ich werde die Kale richtig geil machen, aber das können wir auch noch mal anders machen und zwar wenn wir richtig viel Geld haben. So können wir es auch machen, weil ich will jetzt Verein am Anfang und nicht das ganze Geld loswerden. Ja, er konnte aber okay. L.S.W. Super macht Sentinel. Okay. Ja, hier. Man wollte. Könnte man einiges machen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich bin da jetzt mal ganz bescheiden. Aber wir werden immer, also immer machen wir hier alle Autos. Ja, hier sind wir safe. Daher sind wir sicher. Ja, da. Wie ich mir das gerne, Mann. Ja, ich... Ich meine... Ich bin sicher. Jimmy, nicht? Oder James? Jimmy? Oder... Jizzle? Nein, Mann. Ich habe mich nur mit Jimmy, Mann. Ja, wie ist das Problem, Mann? Huh? Du und mein Mann? Ich sehe dich an der Aktiviertelung. Sooo Wahnsinn Ich würde mal nächste Frage über was anderes zu quatschen Dann muss er direkt wieder entscheiden Hey, hätte ich genug Milizieren, hätte ich hier alle abgeschraubt. Boah, oh Gott, das ist eine andere Sache. A Rich to Slaughter ist so ein Cove Duty nachmacher. Der Benefit, glaube ich. Ja, ich bin wirklich verrückt. Ja, ich habe dein Nummer, ich brauche sie, aber... Ey, du weißt was? Mach es einfach auf deine Pipps, okay? Ja, die Kirche. Genau, mein Bruder von einer anderen Mutter. Ich meine, ich hoffe es, denn meine Mutter war damals ein bisschen ein Skank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay Leute, dann würde ich sagen... Oh, wir haben wieder 55 Prozent. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, zur nächsten Folge von GTA 5, was schon weiß ich nicht sagen. Und dann würde ich sagen, zum nächsten Mal. Ciao, Leute.